Der schlauste Cocktail-Beddauch. Also bevor ihr die Punkte sagt, ihr müsst es einfach sagen. Das war... Pinze! Und deine Aufgabe ist, die Schaufelserpuffe Jochen anzuschauen. So, du fühlst und denkst, okay, da muss irgendwo hin. Umso mehr verschiedene Teilnummer, also Oberkörper, Kopf und so, umso mehr Punkte. Vier T-Shirts übereinander gibt auch nur einen Punkt. Verstanden die Aufgabe? Ihr auch? Ich würde natürlich ein bisschen zart zuziehen, ne? Sonst... Da muss die Jury jetzt ran, und das haben die Frau ganz gut, dass ich höchstpersönlich schätze. Ja! 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 Also dann schreiten wir Zutats... Nummer eins Nummer 2 Das Kleid als Tonnschuhe Die Otten Nummer zwei Das Kunst Nummer drei Und die Tasche Kunstvolle Marpeute Nummer vier Interessantste Variationen des Kleides hier Als Kontinuit Nummer fünf Beschlauch Nummer sechs Und die Eintschule natürlich Nummer sieben Sieben Punkte Applaus Das andere ist ein Glaubensbekenntnis, ne? Also von daher würde ich sagen, dass man auch zählen. Okay, die Jury ist heute großzügig bestimmt. Also dann zwei Punkte. Ransprüche 3, das Tuch, das ist voll drapiert Papier, ein Schicktes-Tesche Nummer 5. Natürlich nicht diese andere zu vergessen. Stamm Nummer 6. Und hier die Nummer 7, ein Miniron. Macht 7 Punkte.